Biomutant Aber unseren Mech konnten wir jetzt hier nicht mit nach unten nehmen, ne? Das ging nicht Hä, was? Hätte ich da jetzt hochspringen können oder nicht? Oh, bist du scheiße langs... LOL Ja, du darfst da wirklich nicht... Oh Mann Das kann doch nicht wahr sein, ey Du darfst da wirklich nicht zu lange drin bleiben Aber dass das so ein schneller Tod ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht Oh Gott, bitte sagt mir nicht, dass das jedes Mal jetzt so eine lange Wartezeit ist Das letzte Mal, als wir gestorben sind, war das so gefühlt eine Minute Wartezeit oder so Aber auch beides so eine lächerliche Tode, ne? Beides durch dieses komische Öl Noch nie durch einen Gegner oder so Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob wir da hochklettern sollen Oder ob es da irgendwie einen anderen Weg gab Ich hab's jetzt einfach mal versucht, aber Das hat nicht so gut funktioniert Komm schon, bist du jetzt fertig Danke Nein! Ich war schon unten, ich dachte, ich war noch nicht unten Geh wieder runter So So Oh, eine Idee Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter So wird sich alles hier füllen Und du kannst den Eingang erreichen Okay Das war erst nicht das, was... Okay, also da hoch zu klettern war die völlig falsche Idee. Gut zu wissen. So macht man's. Der Profi. Warum das Game hier zwischendurch laggt? Ich weiß es wirklich nicht, Leute. I'm sorry. Hier kann man noch mit dem Fahrstuhl fahren. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Ach so, ja, richtig. Ich muss die einfangen. Kommt her, Squibs. Alter, komm her, Mann. Und du auch. Komm her, Jör. Das Tier ist deins. Alter, what the fuck? Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Ähm, wie viele habe ich? Zehn. Also das muss auf jeden Fall... Dann passt das. Äh, da muss weiß jetzt hin. Ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. So, das passt, oder? Gut. Also das habe ich jetzt raus mit diesem Strom da. Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Komm im Dunkeln nicht vom Weg ab. Fülle die Luft mit Blei. Knall-Teilski-Schubs-Boh. What fucking ever, Alter. So, wir haben schon fünf von denen. Das heißt, die anderen können hier mal schön weiter ihr Leben leben. Und wir gehen wieder hoch. Was ist das Ding jetzt? Sauger-Gruh-Klinge. Das sind Waffen. Sind die auch besser? Bereich abgeschlossen, okay. Jetzt wieder zurück zu Gizmo, ja? Komm, ich will in mein Mech rein. Jetzt. Neues Wung-Fu. Achso, ich könnte mir jetzt Neues kaufen, oder was? Ja, da könnte ich natürlich machen, ne? Warte mal, welche Dings habe ich denn überhaupt ausgerüstet? Welche Waffe? Immer noch diesen... Immer noch die Faust. Warte mal, wo kann ich denn... Genau, das Ding. Scharen 300 bis 350. Sauger-Klinge, okay. Okay, die ist besser. Dann rüsten wir die aus. Dann rüsten wir die aus. Achso, und für den Fernkampf noch, ne? Warte mal, ich kann die Faust auch in der Nebenhand haben. Ja, okay, das sollten... Ja, das stimmt. Um auf der Overworld Sachen kaputt zu machen, richtig? Äh, aber wo ist denn jetzt hier... Dafür bist du noch nicht bereit. Oh, Stufe 8. Dann können wir hier bei der Schulter noch was ausrüsten. Aber mir geht's jetzt so um die... Fernkampfwaffe. Weil das ist jetzt immer noch das Ding hier, ne? Kann ich die irgendwie ändern? Ah, okay. Whatever. Weil wir haben da nämlich diese andere Pistole ja noch gefunden. Da hab ich mich jetzt gefragt, wie ich die ausrüsten kann, aber... Dann bleiben wir jetzt mal bei dieser klaren Waffe da. Ist hier irgendwie ein Bosskampf, oder warum ist die Musik hier so spannend? Stell dir vor, in der alten Welt konnte man hier einfach hingehen und eine anständige Mahlzeit erhalten. Ja, das ist kaum vorstellbar, tatsächlich. Ja, das ist kaum vorstellbar, tatsächlich. Bei dir sieht das so leicht aus, diesen Metallhaufen zu steuern. Die Technologie kann nicht alles erledigen. Alter, kletter da hoch, bist du zu blöd? Da nehme ich halt die Treppen, man, wie lame. Hä? Ich kann die Treppen nicht nehmen, ich muss da hoch. Ach, diese Treppen, ich sollte die richtigen Treppen nehmen. Alter, werden die als Treibstoff benutzt, oder was? Wie krank. Er sagt, das sind genug Squips, um die Krallkrankanone des Mektons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Eine Krallkrankanone? Das ist die Spezialwaffe, mit der die Squips im Mekton verstaut werden. Sie ist stark genug, um sie auf den Jumbo-Knoll zu schleudern. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewerkelt. Doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Mekton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Das ist gut. Das ist dann wohl der Jumbo-Knoll. Jumbo-Knoll. Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Zeigen. Vor deinem Kampf mit dem Knoll bleibt noch Zeit, um den Mekton zu verbessern. In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den Mekton damit selbst ausstatten. Stark genug. Er ist bereits recht robust. Doch wenn du ihn verbesserst, erhöht das deine Siegchance. Gizmo möchte dir gerne helfen. Meint, es sei schlau, sich um alles zu kümmern, solange die Sonne am Himmel steht. Hat selbst auch noch genug zu tun. Gizmo möchte dir gerne helfen. Digga, was sind das hier für Dialoge? Verbrückst du jetzt was von mir oder nicht, Mann? Hast es, dass du deine Zeit mit guten Taten verschwendest. Du solltest lieber alles ausradieren. Was? Was labert der? Was für alles ausradieren? Gizmo möchte dir gerne helfen. Ja, ich bin dann weg. Tschüss. Sag, das war eine interessante Unterhaltung. Ja, wirklich äußerst interessant und einfach super. Einfach super, ja. Gut. KI-Energie ist doch für Fernkampf, richtig? Das heißt, ich gehe auf Intellekt. Weil Fernkampf scheint hier auch wirklich der Way to go zu sein. Stufe 7. Besiege den Jumbo-Knoll. Ja, gut, okay. Also, wir können jetzt einer von diesen vier Weltenfressern theoretisch halt schon bekämpfen gehen, wenn wir wollen. Wir können aber auch das Ding hier noch weiter aufbessern. Es ist also die Frage, ob das wirklich notwendig ist oder ob wir den auch einfach so schon besiegen können. Gehst du auch wirklich in die richtige Richtung? Tue ich das? Ne, etwa nicht? Doch. Durch die Todeszone, richtig? Und ich schätze mal, dass wir mit diesem Meck hier gegen ihn kämpfen müssen. Ich weiß, ja, wir könnten ihn noch verbessern. Oder aber wir fighten halt gleich gegen ihn. Ich kann ja einfach mal versuchen, gleich gegen ihn zu fighten und wenn das nicht funktioniert, dann verbessere ich den nochmal. Aber ich denke mal, das könnte man durchaus wahrscheinlich auch schaffen. Verpies, Deutsch! Alter, das sind ein paar viele, oder? Ein paar sehr, sehr viele. Ich habe auch sehr, sehr viel Munition. Drachenschädel, Häschenknochen, Knöchelböchel. Meckton-Wrachkisten, 2 von 14. Also ich könnte jetzt hier wirklich noch nach diesen ganzen Wrackkisten suchen. Habe ich als ernsthaft Voll-Damage gekriegt? Oder hatte ich den Voll-Damage, äh, hatte ich den Damage vorher schon? Okay. Ich kann das nicht wegsaugen. Ich konnte das nicht wegsaugen, also... Also, Digga. Ich konnte es nicht wegsaugen, Mann. Warum denn nur nicht? Ich dachte, dann kann ich da durch. Weil es ging nicht wegzusaugen. Fuck you. Ach, so unnötig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What? Alter, was war das? Du Wichser. Kann die ja doch nicht so richtig treffen, weil die so klein sind, ne? Also mit Nahkampf. Schieß alles in Stücke. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Junge, einfach eine Stadt hier. Wer schießt denn da auf mich? Hör auf damit, du Spacken. Vielleicht sollte ich ihn doch upgraden, vielleicht sollte ich ihn doch upgraden sollen. Na ja, ich versuch's jetzt mal irgendwie ohne. Aber ich hab das Gefühl, wir sind jetzt nicht so mega strong. Ach du Scheiße, wie viele von denen sind denn hier? Okay, die sind aber nicht so krass. Sind das alles hier Gegner? Okay, nee, das sind doch nur diese Squeaks-Dinger, oder? Ja, die springen mich aber trotzdem irgendwie an. Verleute nicht so viel Energie. Warte mal, what? Warte mal. Da hochklettern geht das in irgendeinem Grund schon wieder nicht. Alter, was ist das? Was ist das für ein Viech? Wait, 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 wait mal, wait mal. Ach, wir sind wieder... Oh. Wir sind wieder raus. Also hier steht zwar noch Todeszone, aber hier ist gerade nicht verseucht. Oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Hier wird's aber, glaube ich, sehr verseucht. Das Ausgewährte kann hier nicht hergerufen. Oh, okay. Dann war's dann... Ach, dann kämpfe ich doch nicht mit dem Ding, oder was? Ich dachte, ich kämpfe mit dem Ding. Oder ist das nur, weil ich jetzt gerade im Moment... Was? Ist das ein Quietschkneck? Ich will nicht gegen Quietschkneck kämpfen, weil da Stufe 13 ist und ich nicht Stufe 13 bin. Ich will vielleicht erst mal dieses Territorium hier markieren. Mal sehen. Okidoki. So, hier kann ich ihn aber wieder herrufen, richtig? Okay, es geht nur in diesen Toxic-Zonen. Gut, es ist ein bisschen. Ich möchte aber nicht gegen euch alle die ganze Zeit überkämpfen. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ihr lasst mir auch keine Wahl irgendwie. Perfekter Treffer. Ich weiß nicht, wieso das Game laggt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nicht optimal gemacht. Also programmiert. So performance-technisch. Alter, verpisst euch doch mal alle. Verpisst euch, ihr scheiß Viecher. Warum kriege ich hier... Hä, warum kriege ich denn hier dauerhaft Damage? Was macht mir die ganze Zeit über Damage? Stufe 8. Okay, ja. Weil wir hier so viel fighten gerade. Okay, ganz kurz erstmal wieder meine Ruhe. Alter, ist das noch weit weg. Kann ich da jetzt einfach komplett drüber schwimmen? Nee, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, oder? Na gut, okay. Ich würde sagen, wir speichern hier an der Stelle erstmal ab, Leute. Und ihr seht, da drüben, da hinten, da ist der Jejna. Und gegen den kämpfen wir im nächsten Part. Also, bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.